ein herzliches willkommen zu einer neuen folge train symbol 4 denn ich spiele das wir befinden uns hier am kölner hauptbahnhof und haben heute die aufgabe unseren fernzug bis nach aachen zu fahren und der steht hier am betriebswerk und ja ich würde sagen wir begeben uns mal dorthin zu unserem zug hier ist einiges los wie ihr seht einiges abgestellt dort hinten befindet sich noch ein halber c dort stehen die c wagen dort hinten auch dort hinten stehen noch ein paar solo 100 einer ich würde sagen wir begeben uns zu unserem fernzug können hier noch so ein bisschen ein kleines foto machen würde ich sagen und der ganzen den ganzen hier und dann würde ich sagen auf geht's geben wir uns mal hier oben wo der fahrdienstleiter drin sitzt ich denke aber den besten überblick würde ich mal behaupten das sieht doch richtig schön aus ich mach mal gerade mein handy leiser würde ich sagen natürlich gerade mal genau so ja dann würde ich sagen mit diesem blick hier über köln würde ich sagen begeben wir uns zu unserem zug verlassen im foto muss machen vielleicht noch ein schönes foto das sieht doch gar nicht so schlecht aus und dann los geht's wir verlassen den foto modus und geben uns zu unserem zug den wir heute fahren werden und ich hoffe mal dass das alles funktionieren wird sonst hier natürlich absichern so das ist der fall wir können überlaufen und geben uns zu unserem zug und zwar die c3 heute werden wir mal endlich in c fahren auch den habe ich im creators club zusammengestellt beziehungsweise nicht im creators club sondern ihr wisst bescheid im formations editor und ich habe hier so ein bisschen das betriebswerk und geschmückt doch gar nicht so schlecht aus ein bisschen breit lackierung das sieht doch wunderschön aus würde ich sagen wir begeben uns würde ich sagen zum hauptbahnhof beziehungsweise an den bahnsteig und lassen dort die fahrgäste einsteigen das wird übrigens erst mal für ein paar tage mein letztes video sein weil ich mir einen neuen pc geholt habe und den alten verkauft habe wie das so ist die lieferzeit dauert leider ein bisschen länger fünf bis sechs tage und es kann natürlich immer mal sein dass das schneller geht aber wir müssen jetzt erst mal von fünf bis sechs tage ausgehen sprich im unterdienstag wäre der neue pc da pünktlich zum release der neuen strecke rosenheim salzburg so dass ich euch dann pünktlich hoffentlich ein video aus dem aus der von der strecke präsentieren kann und wir haben wir sagen wir steigen jetzt hier erstmal ein öffnen wir die türe so setzen uns an unserem arbeitsplatz und rüsten erstmal ein wenig auf so ah dort sieht man da kommt schon auch ein anderer ic so das nach vorne das brauchen wir glaube ich nicht äh spitzensignale das lassen wir auf normal äh flücksicherungssysteme brauchen wir jetzt auch erstmal noch nicht würde ich sagen ähm aber wie können wir einstellen ich glaube das macht sinn genau und zwar tun wir das ganze erstmal auf 30 wie gesagt im betriebszweck oder am betriebszweck befinden da müssen wir uns natürlich noch eine rute zum bahnhof legen das ist ja glaube ich ganz wichtig dass wir da erstmal hin kommen gucken wir mal wie weit wir kommen das scheint zu gehen so dann schauen wir ob wir überhaupt von grün bekommen ob wir überhaupt fahren dürfen ähm sagt das schnellwerk das sagt wir dürfen gut dann lösen wir die bremse und schalten erstmal langsam auf und gucken dass wir zum bahnhof kommen würde ich sagen würde ich sagen würde ich sagen würde ich sagen wunderschön wunderschön so jetzt gucken wir erstmal ob wir überhaupt fahren dürfen äh äh gilt das signal jetzt für uns oder nicht ist das signal jetzt für uns oder nicht hier sind wir auf dem Gleis. Wir fahren jetzt auf diesem Gleis. Wie geht das jetzt? Ich denke, das gilt für dieses Gleis, weil der hat nämlich sonst kein Gleis, kein Signal. Okay, dann wollen wir es mal weiter versuchen. Ja, scheint zu funktionieren. Wunderbar. Schauen wir mal weiter. Okay. Okay, weil wir mit 200 Metern das Signal, was wird das hier sein? Ja, warten wir erst mal ab, weil der fährt nämlich da die Hamsterbacke oder was das ist. Denken wir, dass es daran hin wird. So, wo gehst du jetzt hin? Da hin. Okay. Dann stehen wir ja nicht im Weg. Oder? Du hast ein seltenes Talent to Talent. Aber das regeln wir. So zwei Züge auf einem Gleis sind eher das... Das geht nicht. Jetzt habe ich meinen entfernt. Ich will den entfernen. Egal. Dann machen wir unseren Gleichter wieder hin. Äh, jetzt habe ich den falschen. Ich wollte eigentlich den Zug entfernen, aber ist egal. Lassen wir das. Das ist, äh... So wollte ich es eigentlich nicht haben. Egal. Äh... Egal. Das war jetzt so nicht geplant. Aber egal. Lassen wir das. Äh... Nicht duu! Ach man, ich hab doch den IC eben. Leute, 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 Leute. So war das nicht geplant. Aber egal, das kann man ja schnell begeben. So. So, ich muss trotzdem eine Route legen. Trotzdem eine Route legen. So. So, das nächste rote Signal kommt hinter dem Bahnsteig. Das heißt, wir dürfen ohne Probleme fahren. Also ich wollte für ihn eigentlich die Hamza-Paket entfernen. Aber ja, so kann es auch gehen. So. 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 Bahnsteig 8 werden wir einfahren. Wunderschön. Wunderschön. So, die hat sich da eingegraben oder was? Ist mit der los gewesen? Habt ihr das gesehen? Hallo. Ach. Geil. Ach. Ach. Türen öffnen, dann müssen wir diesen Führerstand abgerissen. Weil wir natürlich hier den Führerstand wechseln müssen. Ausrichtsneutral geht ja gar nicht so, dann werden wir hier den Führerstand wechseln. So, schließen hier die Tür. Ähm, genau, heute ja noch ein wenig schmücken hier. Sieht so ein bisschen leer aus. Ähm, ist das vielleicht besetzt? Müssen wir erstmal schauen. Das scheint natürlich besetzt zu sein. Dann lassen wir das. Ich werde eigentlich den Nahverkehr, aber ausnahmsweise würde ich jetzt mal hier. 16.14 Uhr. Ähm, ja. So, dann gehen wir jetzt mal nach vorne. So, dann gehen wir hier noch. So, dann steigen wir mal ein, würde ich sagen. Dann müssen wir ja noch eine Route legen. So. So. So, dann können wir das Ganze nach Aachen. So. Und zwar das Ganze nach Aachen. So. Wir haben grün, das heißt, wir schließen an dieser Stelle die Türen. Ach, das ist so ein Dreck. Schließvorgaben eingeleitet. So, Türen sind geschlossen, Trittstufen sind eingefahren. Dann können wir die Bremse lösen. Und, äh, mit AFP überhaupt gesetzt. Das, äh, haben wir natürlich nicht. Dann können wir auch nicht losfahren. So. Jetzt aber. So, auf geht's. Wunderbar. 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 Lever, Lever. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Sehr, sehr schön. Zifa. 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 So, dann dürfen wir auch gleich schon. 140 sind schon in der LZB, wunderbar, da kommen wir hier. Zifa. Zifa. Sehr, sehr, sehr schön. Ach, schaut mal, wie schön. Zifa. Zifa. Ach, geil. Sehr, sehr nice. Ach, ist das schön, das ist doch eine wunderbare Sache. So, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen vorankommen. Jetzt wollen wir den Güterzug dann auch. Wunderbar. Wunderbar. Zifa. Das ist doch einfach nur geil. Entschuldigung, es ist so. Wunderbar. Wunderbar. Es ist einfach nur ein wunderschönes Bild. Wunderschön. 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 Einfach nur wunderschön. Geile Mard, geil Lohmard Geile Mard, geil Lohmard Geile Mard, geil Lohmard, geil Lohmard Geile Mard von Köln nach Aachen aus dem Betriebswerk in Regenbogenlackierung Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, ob es am Wochenende ein Video gibt, mangelt PC. Wie gesagt, ich habe meinen alten verkauft, mir einen neuen gekauft. Ob der es bis zum Wochenende schafft, das ist ja schließlich nur noch zwei Tage. Es steht in den Sternen, es steht drin, nicht vor beiden fünf bis sechs Tagen. Wenn das dabei bleibt, wird es vor Montagdienstag nichts. Aber dann wäre es auf jeden Fall pünktlich zum Release von Rosenheim-Granzburg soweit, dass ich euch dann auf jeden Fall aus dem neuen DLC ein Video präsentieren kann. Schauen wir mal, wie es sich verhält. Schauen wir mal, wie es sich verhält. Wunderschön. Schaut mal, da kommt uns die ICE entgegen. Ach, traumhaft. So, da fahren wir eigentlich mit 213. Sie fahrt. Sie fahrt. So, da muss man das mal ganz sagen. Noch voll soll, voll gabe. Sie fahrt. Sie fahrt. Na ja, dann lassen wir das. So, dann sind es noch gute 49 Kilometer bis Aachen. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Ich bin auf, ich bin auf. Vielen Dank. Irgendwie freue ich mich auch auf den neuen PC, mal gucken, wie der so ist, wie die Auflösung mehr und so weiter. Wunderschön, wunderschön. Es entstehen so wunderschöne Bilder, einfach nur geil. Ich habe gerade schon gedacht, warum wir ihn wieder langsamer machen. Ich habe keinen Backup. Das sind die Old Phones, oder? Das sieht nach einer Küche aus, die da steht oder fährt. Sie steht vor allem im roten Signal. Dort steht auch was. Sie steht vor allem im roten Signal. Was hat das denn zu bedeuten? So. Dann sind sie noch. 36 Kilometer. Oh, wir haben doch rot. Wir haben doch rot vor uns. Ich bin gespannt, ob die RCB jetzt reagiert. Normalerweise müsste sie. Okay. Das Rot hat sich dann damit erledigt. Und dann kommt das nächste Rot. Gelb. Der RCB hat nach wie vor das nächste Geschwindigkeitsziel Null. Das hat eigentlich immer ein rotes Signal zur Folge. Das liegt an einem roten Signal. Genau so ist es. Das ist ein rotes Signal. So, aber so scheint, scheint die RCB dann doch zu reagieren. Schon mal sehr viel wert. Also es stehen hier sehr viele Queechys vor roten Signalen. Was hat das zu bedeuten? Ja. So. So. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt Phase ist hier. Auf jeden Fall regelt uns die RCB runter bis auf Null. Das ist schon mal sehr sehr schön. So. Ja. Fahrdienstleiter. Ja. Was haben wir denn im Angebot hier? Das war mit Klaas und Sift mehr fahren. Ähm. Dann schauen wir mal, was hier das Problem ist. Da fällt das Problem. Wir haben wieder grün bzw. gelb. Deswegen fahren wir auch wieder. Jetzt fängt es an zu riechen. Alles auf einmal. Bis zum nächsten Mal. hulle. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist wahrscheinlich irgendein Nachverkehrszug, wie ich steht. Jetzt sieht B zu Ende. Jetzt dürfen wir 160 aktuell... Das war's für heute. Das ist ja grün. Das ist ja gar nicht mehr durch. Warum haben wir denn jetzt keine Leistung mehr? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Das war's für heute. Ich weiß nicht mehr. 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 Ich bin sehr gut. Vielen Dank. So, dann dürfen wir mit Sicherheit gleich gutieren und dann gleich ans rote Signal heranfahren und anhalten. So, dann können wir mit Sicherheit gleich gutieren. So, dann können wir mit Sicherheit gleich gutieren. So, dann wird uns wahrscheinlich wieder mal der Nahvergesszug im Weg sein. Zug der Einflussung. Zug der Einflussung. Niva, Niva, Niva. Zug der Einflussung. Zug der Einflussung. Zug der Einflussung. Zug der Einflussung. hier Wir jagen den Nahverkehrszug, der versucht vor uns wegzufahren, scheint im Moment so lala zu klappen. 90 Kilometer sind es noch. 90 Kilometer sind es noch. Ich glaube mit 160 Kilometer sind wir dann doch zu schnell für den Nahverkehrszug. Weil wir immer mal wieder Gelb zwischendurch haben. Jetzt gibt die wieder nach Rot. Sind wir jetzt immer noch Rot oder nicht? Ist glaube ich gerade umgesprungen. Auf 120 Kilometer. Hast du schon wieder so ein Güterzug in doppelte Aktion? Sehr geil. Wir können aber schon mal auf 120 gehen. Ich glaube es hat dann mittlerweile auch aufgehört zu regnen, oder? Ja, denke ich schon. Wieder mal Rot. Ja. 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 Jedenfalls, ja. Jawohl, ja. Ja. Ja understood. Entschuldige. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann schleichen wir mal ans Routesignal heran und schauen mal, was das Problem ist. So, dann schleichen wir mal, was das Problem ist. So, dann schleichen wir mal, was das Problem ist. So, dann schleichen wir mal, was das Problem ist. So, dann schleichen wir mal, was das Problem ist. So, dann schleichen wir mal, was das Problem ist. So, dann schleichen wir mal, was das Problem ist. Niveau, Niveau. Niveau, 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 Niveau. 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 Niveau, Niveau. Niveau, Niveau. Niveau, Niveau. 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 Wenn ihr kommt, wenn ihr kommt. Und die rennen dann T-Shirt her und so. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Affengeil. Mit Blitz. Affengeil. Hammer. Hammergeil. Mega. Absolut mega geil. Wunderschön. 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 Mega. Mega. So, dann kommen wir ganz zu näher. So, jetzt noch mal kurz zu Aachen, aber noch mal rot. Viva, Viva. Jetzt nicht mehr. So, jetzt kommt es mal runter auf 80. Dann will ich trotzdem noch ein gelbes Vorsignal haben. So, jetzt kommt es mal runter. So, jetzt kommt es mal runter. So, 2,7 Kilometer noch. So, jetzt kommt es mal runter. So, jetzt das Betriebswerk. Da haben wir letztens unseren IC abgestellt. Ihr wisst schon, ein Sandwich mit der 101 zusammen und der 193 Vectron. Neben den ganzen REs. So, jetzt wird das ja irgendein Problem sein, wie beim letzten Mal. Da wird wahrscheinlich Einzug auf unserem Bereich stehen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt steht es erstmal, bzw. das rote Signal ist hier zum Bahnsteig. So, jetzt kommt es mal rein. So, jetzt kommt es mal rein. Okay. Ach so, das ist doch gar noch gar nicht der Bahnsteig. Ah, jetzt verstehe ich. Dann hat die Rade noch mal rot. Das hat sich jetzt auch erledigt. Boah, ist das am Blitzen. So, wir fahren im Wetter mal angepasst hier. Schön mit 40. Super, super. 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 Zufall So, dann haben wir nochmal kurz vor dem Bahnsteig ein gutes Signal. Wow, Jesus. So, was ist denn das Problem, ähm, da, okay, äh, ja, 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 1720, das ist jetzt aber nicht der, oder, 1653, äh, ne, das ist, das ist der RE, genau, das ist der, 1653, das ist der hier, das ist jetzt aber auch noch ziemlich lang, möchte ich mal sagen, der fährt in rote Erde, das heißt, der fährt in die Richtung, das bleibt für mich dann nur ein, ähm, ach scheiße, muss ich mal folgendes machen, genau so wollte ich es nämlich haben. Ja, warum, der Zug ist weg. Ja, warum, der Zug ist weg. na, ist es gut. das ist So, da fahren wir am Beinsteig 1. Ja, ich war zu schnell. Ich dachte ich wäre über 20, war ich aber nicht. Egal. Lassen wir das. Lassen wir das. So, fahren wir noch ein Stück weiter hier. So, da fahren wir noch ein Stück weiter. So, da fahren wir noch ein Stück weiter. So, damit hätten wir das Ziel erfüllt, können hier die Türen öffnen. Sehr schön. Jo, das war unsere Fahrt mit dem ICE3 von Köln nach Aachen. Mitten im Sturm sind wir hier angekommen. Wahnsinn. Schaut mal, da kommt hier wieder zu. Sehr, sehr schön. So. So. So, das stellen wir hier mal aus. Das wird ja nie wohl am Regnen von dem Dach drüber. Hier ist trocken. So, das war es dann soweit. Wir könnten ja hier noch an den anderen Bahnsteig gehen, an die anderen Bahnsteige gehen. Wir könnten ja hier noch... Wir könnten ja hier noch... Nicht besetzt anscheinend. Ach seht mal, wie schön. Wie schön. Kann ich auch noch was hinsetzen? Wie schön. 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 Wo. noch 112, die überhaupt nichts zu suchen hat den können wir noch so damit hätten wir das so wunderschön geschmückt hier hier kann man noch was hinstellen hier kann man noch was hinstellen hier 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 wie ich finde. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch um da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Vor allem noch einen schönen Freitag. Wie gesagt, ich hoffe, dass der PC relativ fix ankommt. Ich hoffe es. Ihr werdet sehen. Bis dahin. Ciao. Servus und Tschüss. Euer Dillingsspieters. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.